Herzlich Willkommen zu einem neuen Studium aus dem Buch der Sprüche. Wir haben heute den Titel Die Demut der Weisen. Und wir wollen uns einem Kapitel zuwenden, das nicht mehr von Salomo geschrieben wurde, sondern von Agurs. Die letzten zwei Kapitel aus dem Buch der Sprüche sind nicht salomonische Weisheit. Dennoch sind sie Sammelwerke, die auch er übernommen hat und sie uns weitergibt. So dürfen wir auch aus diesen zwei letzten Kapiteln etwas lernen, was für unser Leben und für unseren Alltag entscheidend wichtig ist. Wir wollen lesen ab Vers 1, Kapitel 30, Worte Agurs des Sohnes Jakes, der Ausspruch des Manneswortes am Itiel. An Itiel und Ukal. Vielleicht waren das seine Söhne, aber er adressiert hier sein Schreiben an spezifische Personen. Und wir können schauen, ob es auch uns etwas sagt. Er fängt so an, indem er sagt, ich bin unvernünftiger als irgendein Mann und habe keinen Menschenverstand. Ich habe keine Weisheit gelernt, dass ich die Erkenntnis des Heiligen besäße. Wer stieg zum Himmel empor und fuhr herab? Wer fasste den Wind in seine Fäuste? Wer band die Wasser in ein Kleid? Wer richtete alle Enden der Erde auf? Was ist sein Name? Und was ist der Name seines Sohnes? Weißt du das? Alle Reden Gottes sind geläutert. Er ist ein Schild denen, die ihm vertrauen. Tue nichts zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht bestraft und du als Lügner dastehst. Zweierlei erbitte ich von dir. Du wollest mir nicht versagen, ehe ich sterbe. Und das richtet er natürlich an Gott hier. Falschheit und Lügenwort entferne von mir. Armut und Reichtum gib mir nicht. Nehre mich mit dem mir beschiedenen Brot, dass ich nicht aus Übersättigung dich verleugne und sage, wer ist der Herr? Dass ich aber auch nicht aus lauter Armut stehle und mich im Namen meines Gottes vergreife. Und mich am Namen meines Gottes vergreife. Verleumde keinen Knecht bei seinem Herrn, damit er dich nicht verflucht und du es büßen musst. Es gibt eine Art oder ein Geschlecht, wie hier die Schlacht übersetzt, das seinen Vater verflucht und seine Mutter nicht segnet. Ein Geschlecht, das rein ist in seinen eigenen Augen und doch von seinem Kot nicht gewaschen ist. Ein Geschlecht, mit was für hohen Augen und erhabenen Augen wimpern. Ein Geschlecht, dessen Zähne Schwerter und dessen Gebisse Messer sind, um die Elenden aus dem Land wegzufressen und die Armen aus der Mitte der Menschen. Der Blutegel hat zwei Töchter. Gib her, gib her. Drei Dinge werden nimmer satt. Vier sagen nie, es ist genug. Das Totenreich, der verschlossene Mutterleib, die Erde, die vom Wasser nicht satt wird und das Feuer, das nie spricht, es ist genug. Ein Auge, das den Vater verspottet und es verachtet, der Mutter zu gehorchen, das werden die Raben am Bach aushacken und die jungen Adler fressen. Drei Dinge sind mir zu wunderbar, ja vier begreife ich nicht. Den Weg des Adlers am Himmel, den Weg der Schlange auf einem Felsen, den Weg des Schiffes mitten im Meer und den Weg des Mannes zu seiner Jungfrau. Ebenso unbegleiflich ist mir der Weg einer Ehebrecherin. Sie isst und wischt ihr Maul und spricht, ich habe nichts Böses getan. Unter drei Dingen zittert ein Land und unter vieren ist es ihm unerträglich. Unter einem Knecht, wenn er zur Königsherrschaft kommt, unter einem schändlichen Narren, wenn er mit Brot gesättigt ist, unter einer Verschmähten, wenn sie zur Frau genommen wird und unter einer Magd, wenn sie ihre Herrin beerbt. Diese vier sind die Kleinen im Lande und doch sind sie überaus weise. Die Ameisen, kein starkes Volk, aber sie sammeln im Sommer ihre Speise. Die Klippdachse, kein mächtiges Volk, aber sie setzen ihr Haus auf ihren Felsen. Die Heuschrecken, sie haben keinen König und doch ziehen sie alle in geordneten Scharen aus. Die Eidechse, du kannst sie mit Händen fangen und dennoch findet sie sich in den Palästen der Könige. Diese drei haben einen schönen Gang und vier schreiten stattlich einher. Der Löwe, der Held unter den Tieren, er weicht vor nichts zurück. Das Lenden gegürtete Kriegsrost, der Ziegenbock und der König, der mit seinem Heer zieht. Bist du törig gewesen und stolz oder hast du böse Pläne gemacht? So lege die Hand auf den Mund. Dann schlägt man die Milch, so gibt es Butter. Dann schlägt man die Nase, so gibt es Blut. Dann schlägt man den Zorn, so gibt es Streit. Sicherlich, wenn wir das so auf den ersten Blick betrachten, finden wir uns nicht unbedingt in einer Aussprache unserer heutigen Zeit. Da gibt es Dinge, die uns auf den ersten Blick fremd erscheinen. Dennoch wollen wir und können wir aus diesen Worten dieses Agurs einige Dinge auch für unsere Zeit entnehmen, ohne dass wir in viele Dinge eingehen könnten in der Kürze der Zeit. So wollen wir uns auf den Grundgedanken, würde ich sagen, den der Mann versucht hier zu erklären, stützen. Was will er uns denn sagen? Was spricht er oder was spricht Gottes Geist durch diese Worte zu uns? Eines der Dinge, die mich beschäftigen und ich immer wieder erstaunt bin über den Menschen ist seine Unkenntnis seiner selbst. Und ich muss gestehen, wenn der Agus hier sich beschäftigt mit dem Menschen und auch mit sich selbst, wie man sieht, hat er eine Betrachtung über sich selbst, die vielleicht für unsere Zeit nicht den besten Ausdruck hat. Dennoch können wir verstehen, denke ich, was er sagen will von sich. ist er jetzt wirklich töricht? Wer sagt hier unvernünftig als irgendein Mann? ich habe keinen Menschenverstand? Ist das das, was seine Sprüche aussagen wollen? Was will er denn vermitteln, wenn er sagt, ich habe keine Weisheit gelernt, dass ich die Erkenntnis des Heiligen besäße? was was will er sagen? Und ich denke, der wichtigste Punkt, den ich auch herausgreife zu unserem Studium, passt auch sehr gut zu dem Titel unserer Lektion, ist die Demut des Weisen. Und da ist die Frage, was macht einen Weisen weise und was macht einen Narren ein Unvernünftigen zum Unvernünftigen? Das ist ja letztendlich die Frage, weil daraus ergibt sich das Handeln des Menschen aus seiner Erkenntnis und nicht nur aus seiner Erkenntnis besonders aus dem, wie er versteht den Menschen, wie er versteht sein eigenes Leben und zu welcher Erkenntnis er gekommen ist über sich selbst und über den Menschen im Allgemeinen. Deshalb schreibt er hier sehr schön im Vers 11 Es gibt eine Art, die seinen Vater verflucht, sagt der Luther, und seine Mutter nicht segnet. Es gibt eine Art, die rein ist in seinen eigenen Augen und doch von seinem Kot nicht gewaschen ist. Ein Geschlecht oder eine Art mit was für hohen Augen, das heißt, sie halten viel von sich und erhabenen Augenwimpern. Und ein Geschlecht, dessen Zähne Schwerte sind und dessen Gebisse Messer sind, um die Elenden aus dem Lande wegzufressen und die Armen aus der Mitte der Menschen. So, wie kommen wir zu der wahren Erkenntnis sowohl über uns selbst als auch über das Leben selbst, so dass wir unterwegs nicht straucheln, dass wir am Ende unseres Lebens nicht an der falschen Stelle ankommen, wo wir gar nicht hinwollten. Wir haben ja durch das Buch der Sprüche immer wieder gesehen, dass auch der Salomo viel vom Menschen spricht und wie der Mensch gemacht ist, wie er aufgebaut ist und wo der Irrtum ist, der in uns Menschen eingebaut ist. Und wir haben letztens gesehen, wie schwierig es ist, Gottes Bereich und seinen eigenen Bereich abzustecken, wie der Mensch aufgrund seiner Selbstbetrachtung denkt, er ist Gott und so muss er sich in alle Bereiche einmischen, die gar nicht sein sind. So ist es ganz wichtig, dass wir uns selbst verstehen, dass wir wissen, sind wir jetzt richtig oder sind wir falsch und die Demut gibt uns darüber ein Hinweis. Sie zeigt uns, wo wir stehen, damit wir uns nicht selbst betrügen. So, lasst uns das betrachten, diese zwei Anschauungsmöglichkeiten, die der Mensch von sich hat. Und ich habe es immer wieder beschrieben durch die zwei unterschiedliche Sichtweise, weil es ja eine Sichtweise ist und weil Jesus dieses Bild des Schalksauges und des Wahren, des gesunden Auges benutzt, ist mir das so ans Herz gelegt. Ich liebe es, es auf diesen Punkt des Auges alles zurückzubringen, weil hier ist alles, was unser Leben entscheidet. der Punkt ob weise oder Unglück, das heißt töricht, ob demütig oder stolz, ob erfolgreich auf dem Weg des Lebens oder auf dem Weg des Todes zu sein, alles hängt von dieser Sicht ab, die wir von uns selbst haben, weil daraus ergibt sich all unser Handel und da diese Sicht uns nicht im Bewusstsein liegt, sondern vergraben in unserem Herzen, müssen wir durch unterschiedliche Schwierigkeiten uns selbst erkennen, damit wir tatsächlich sehen, wer wir sind. So, deshalb beschreibt sich ja auch dieser Mann, der, denke ich, von einem Unvernünftigen zu einem Weisen geworden ist, als jemand, der anfängt bei der Erkenntnis über sich selbst und er sagt, was bin ich? Was bin ich? So, er sieht dieses Auge, er sieht diese Erkenntnis in sich selbst und wir haben ja nur diese zwei Möglichkeiten, des wahren Auges oder des falschen Auges, des unwahren, das ist ein bisschen krank hier zeichnen, Schalks Auge, so, es gibt das Richtige und diese beiden Augen stellen oder geben uns die Antwort auf diese sehr wichtige Frage, was oder wer bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich? Und er vergleicht sich sehend im ersten Vers schreibend von sich selbst vergleicht er sich mit dem allerhöchsten und er stellte ein paar Fragen dort, die uns, auch wenn es nur wenig ist, was dieser Mann schreibt, doch offenbart, dass er einer war, der in seinem Wandel mit Gott sehr weit gekommen ist. Er will auch nicht verstehen all seine Vergleiche mit den Tieren und mit der Natur und wir mögen das manches herausfinden, aber wir verstehen, dass er sich selbst gegenüber dem höchsten Wesen als nichtig sieht. Er sieht sich als einer der die Erkenntnis des Heiligen besäße. Das heißt, er sieht sie als einer, der sich die Frage stellt, wie es Gott ist. Und das ist der große Punkt. Wer bin ich im Vergleich? Jetzt ist es schwierig zu malen im Vergleich zu Gott. Und ihr seht, die Dimensionen sind nicht gut auf diesem Bild, die sind fast so groß wie Gott, aber wie soll ich es malen? Wir müssten uns so winzig malen, wie es nur winzig geht und Gott so groß, wie es nur geht. So, der Vergleich, wer bin ich zu Gott? und hier lernt der Mensch, wenn er es lernen will, wenn er auf Gott betrachtet, die Antwort zu finden über sich selbst. Wenn er nicht auf Gott schaut, bei der Frage, was bin ich, dann bleibt er in der Torheit seines eigenen Herzens zu denken, er ist es, er ist Gott. Wer stieg zum Himmel empor und fuhr herab? Wer fasste den Wind in seine Fäuste? Wer band die Wasser in ein Kleid? Wer richtete alle Enden der Erde auf? Was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes? Weißt du das? Der Mann war doch hoch informiert oder nicht? Er erkennt doch Gott in seiner Größe und er versucht durch Fragen zu zeigen, dass seine Größe und seine Stärke unfassbar ist gegenüber ihm selbst. Der Mensch denkt von sich und wir wissen das, wir haben es immer wieder gesehen, ich bin Gott. Und so denkt er auch, er könnte alle Dinge fassen und er könnte sie erforschen und er könnte auch die Dinge kontrollieren. Und so versucht der Mensch hier hier in seiner Blindheit so wie er beschreibt hier ohne Menschenverstand ohne Erkenntnis des Heiligen in seinem törichten Gang zu gehen. Und dieser Mensch ist eine Art, die sich nicht kennt. Es ist ein Geschlecht, das Vater und Mutter nicht ehrt. das ist ein Geschlecht, das meint, es ist rein, aber es ist schmutzig. Es ist ein Geschlecht, das etwas von sich hält, es ist stolz, es hat hohe Augen, hohe Wimpeln. Und es ist ein Geschlecht, das letztendlich etwas zeigt vorne, aber hintenrum was anderes ist. Das würde ich herausnehmen aus diesem die Zähne sind wie Schwerter. Das heißt, man zeigt etwas vorne, aber man ist hinten letztendlich was anderes. Und in meinen Worten würde ich das hier so schreiben, aus der Idee ich bin Gott entspringen diese Gedanken des Stolzes oder Hochmutes aus dieser Idee entspringt die Idee ich bin rein während ich schmutzig bin daraus entspringt die Idee des wie soll ich sagen des Hinterlist allein weil hinterlistig sind wir sicherlich aber vielleicht könnten wir es der Falschheit hinterlist so hier sind wir auf uns selbst gestellt und hier denken wir wir sind es und aus dieser Betrachtung über uns selbst entsteht natürlich törichtes handeln zorn und all die dinge die unser leben sehr schwer machen deshalb ist der beginn der weisheit wie salomo sagte die furcht des herrn und ich würde sagen die furcht des herrn beginnt wenn wir uns mit ihm vergleichen wer bin ich im vergleich zu Gott was bin ich im vergleich zu ihm wir kennen auch diese situation im Buch Hiob auch hier versucht Gott dem Hiob und nicht nur ihm sondern auch uns ein Bild zu geben seiner Größe das nicht um uns zu erschrecken sondern um uns bewusst zu machen wer wir sind wer wir sind würden wir uns mit Gott vergleichen würden wir sagen Herr wie ist dein Name und wie ist der Name deines Sohnes weißt du das Kannst du das begreifen wer Gott ist ich habe einen Patienten der kann an Gott nicht glauben wegen der Größe des Universums er sagt wie groß muss er sein und er kann sich das nicht vorstellen dass es jemand gibt der diese Fähigkeit hat all das was man heute hier sieht in seiner Hand zu haben und zu kontrollieren er sagt das wie soll das gehen aber ist nur betrogen durch die eigene Betrachtung seines blinden Auges ja wir können mit unserem Verstand begreifen wir sind ziemlich begrenzt und das mögen wir auch gar nicht wir wollen alle über unsere Grenzen hinaus gehen aber warum wenn wir begrenzt sind sollte Gott begrenzt sein in seiner Macht und Stärke warum sollte er da begrenzt sein macht nicht gerade die Größe dieses Universums oder wenn wir nur unsere Erde nehmen wenn man sich vorstellt dass Gott alles führt und lenkt und nichts er sagt nicht einmal ein Sperrling nicht mal ein Spatz fällt zu Boden ohne ihn nicht einmal das kann passieren so dann muss ich verstehen seine Größe so der Mensch kann Vernunft nur lernen und zur Demut nur kommen wenn er sich selbst mit Gott vergleicht wenn er sieht den den Unterschied das fällt dem Menschen nicht so leicht er schaut deshalb Gott lieber nicht an und schaut immer auf sich selbst und bleibt in seiner Unkenntnis lehnt lieber Gott ab damit er nicht erkennt wer er ist und das denke ich beschreibt dieser Mann hier in den ersten Versen seiner Rede er beschreibt die Haltung eines Menschen der sich nicht mit Gott vergleicht der ist ein Mensch der ist in der Unvernunft und er weiß nicht was richtig und was falsch ist ein Mensch der der denkt von sich hoch aber letztendlich gemessen an Gott gemessen an der Realität ist er sehr weit entfernt so anhand anhand der Tatsache was Gott ist könnten wir erkennen wer bin ich und die Wahrheit ist ich bin ein Geschöpf ich bin eine Kreatur des aller höchsten und ich bin dadurch dass ich ein Geschöpf bin von ihm abhängig und ihm untertan und wenn ich ein Geschöpf bin dann bete ich ihn an als jemand der mir helfen muss und mir beistehen muss ich kann mich auf mich selbst nicht verlassen wir haben gesehen dass die große Not wenn ich Gott bin dann verlasse ich mich auf mich selbst wenn ich ein Geschöpf bin kann ich mich nicht auf mich selbst verlassen dann ist das eine Unmöglichkeit deshalb hat Gott etwas getan um uns zu helfen und er hat etwas getan um uns die Augen zu öffnen wer wir sind er ist Mensch geworden er konnte sich uns nicht mehr offenbaren würde er sich uns offenbaren seine Art und Weise wie er tatsächlich ist dann würde seine Heiligkeit uns als sündige Menschen weil er die Sünde so sehr hasst und ihm entgegengesetzt ist uns vernichten und so kommt Gott zu uns um sich uns zu zeigen in als Mensch er muss sich uns offenbaren wie er ist und wie der Mensch ist und Jesus bringt das zu Tage er zeigt was der Mensch wirklich ist und wie er was er ist und er zeigt gleichzeitig wie und was Gott ist so in Christus können wir beides erkennen wir können den Menschen erkennen wie er von Gott gemacht ist dass er funktioniert und lebt und wir können Gott erkennen wie er ist von seinem Wesen von seiner Art so dass wir ihn verstehen Jesus sagt in Matthäus 11 ab Vers 28 bis 30 sagt er kommt her zu mir alle die ihr mühselig und beladen seid ich will euch erquicken nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir denn ich bin demütig und von Herzen sanftmütig oder sanftmütig und von Herzen demütig so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele nehmt auf euch mein Joch denn es ist sanft und meine Last ist leicht so die Quintessenz der Erkenntnis ich bin ein Geschöpf ist die Demut und die Sanftmut die Erkenntnis der Abhängigkeit und der Art und Weise wie uns Gott gemacht hat und in Christus können wir das finden was uns ein wahres Bild gibt wer wir sind deshalb können wir uns nur erkennen durch ihn nur er hat die Augensalbe nur er kann uns helfen uns selbst nicht mehr zu täuschen weil alle Sünde alle Not und Elend kommt aus dieser Täuschung wer bin ich kommt aus dieser falschen Erkenntnis unser Selbst alle Not uns Leben würde behoben würde unser Geist die richtige Erkenntnis von sich selbst haben dadurch dahin kann er nur kommen durch die Erkenntnis Gottes durch den Hinblick auf ihn und da wir ja nur seine Größe in seinen Werken sehen können aber auch erkannt haben dass er seinen Sohn gesandt hat damit er uns offenbart wer er ist und wer wir sind können wir an ihm an ihm allein das finden was uns weise macht und das ist die Demut ich möchte aus diesem Lieblingsbuch von mir von dem Berg der Seligpreisungen oder der bessere Weg wie er in manchen Ausgaben erschienen ist auf der Seite 29 es ist das Thema selig sind die sanftmütigen selig sind die sanftmütigen und sie sind an der Stelle wo nachdem der Mensch erkannt hat die Not in der ersten Seligpreisung der Nacktheit seines Geistes er hat erkannt wie arm er ist so wie hier der Agos das erkennt er sagt es war kein Menschenverstand bei mir ich war ich bin unvernünftig als irgendein Mensch so wenn der Mensch erkennt die Armut seines Geistes und wenn er zu Gott kommt und sieht und bekennt seinen Irrtum und sagt Herr du musst mich erretten weil ich habe in diesem Irrtum gelebt dann kommt als nächstes das Erlernen der Sanftmut das Erlernen im Vergleich mit Gott wer ich bin Geduld und Sanftmut im Unrecht leiden wurde weder von den Heiden noch von den Juden geschätzt wohl hatte Mose unter dem Einfluss des Heiligen Geistes gesagt dass er der sanftmütigste Mensch auf Erden sei aber das galt unter seinen Zeitgenossen wenig er erregte es Mitleid oder gar Veracht und gegen ihn Jesus aber zählt die Sanftmut zu den Tugenden die uns für das Himmelreich fähig machen in seinem eigenen Leben und Charakter ist die göttliche Schönheit dieser herrlichen Tugend offenbar Jesus der Abglanz der Herrlichkeit seines Vaters sah das Gleichsein mit Gott nicht als einen Raub an sondern äußerte sich selbst und nahm Knecht Gestalt an er ließ sich zu aller Niedrigkeit des irdischen Lebens herab verkehrte mit den Menschen Kindern nicht als ein König der Ehre verlangt sondern als einer dessen Beruf es ist anderen zu dienen in seinem Wesen war kein Anflug von Frömmelei keine kalte Stränge der Erlöser der Welt hatte eine edle Natur edlere Natur als ein Engel aber mit seiner göttlichen Majestät war eine Sanftmut eine Demut verbunden die alle Menschen anzog ich denke diese Worte sind sehr ergreifend in seinem Wesen war kein Anflug von Frömmelei keine kalte Stränge Er hatte eine Demut und Sanft Must die alle Menschen anzog ist ganz klar die Menschen die ihn erlebten waren von ihm angezogen auch die die ihn dann nicht annahmen waren anfangs von ihm angezogen niemand konnte ihm nachweisen einen Fehler in seinem Leben niemand er wurde Mensch um uns zu zeigen wie der Mensch sein soll nicht ein Rebell nicht ein hochmütiges Wesen das denkt es ist Gott sondern ein Wesen das sanft mütig ist das nicht etwas vorgibt zu sein was es nicht ist sondern es ist eine echtes eine Echtheit da die man nicht leugnen kann vielleicht schreiben wir uns diese Eigenschaften auf nutzt nämlich nichts wenn wir nicht praktisch sind in dem was wir tun so und wenn man sich was aufschreibt dann bleibt es besser hängen Eigenschaften ich sag jetzt mal des Menschen wie er von Gott geschaffen war die echten Eigenschaften eines Menschen keine Frömmerei das heißt keine Unechtheit im Wandel er machte nicht etwas vor er hatte keine kalte Stränge denke hier haben wir eine große Not der Mensch der Mensch sich höher ansieht als der andere muss natürlich den anderen kalt richten und er ist schneidend und kann den anderen so leicht und so schnell fertig machen so kalte Stränge schreiten natürlich keine schreiben keine kalte Stränge kein richten so was gab es bei Jesus nicht und diese seine Art seine Demut seine göttliche Majestät war eine Sanftmut eine Demut verbunden die alle aber mit seiner göttlichen Majestät war eine Sanftmut eine Demut verbunden die alle Menschen anzog die anziehend für alle Menschen mancher Christ denkt er müsste nicht anziehend sein es sei normal dass er gehasst wird ja Christus war auch gehasst dennoch war er anziehend auch für die die ihn hassten er hatte etwas an sich das niemand leugnen konnte auch seine Feinde mussten nicht gestehen dass sie an ihm nichts finden Jesus entäußerte sich selbst in all seinem tun trat sein eigenes ich nie hervor dieses blinde Auge ist das eigene ich sondern er unterwarf alles dem Willen seines Vaters als sein Werk auf Erden fast vollendet war konnte er sagen ich habe dich verklärt auf Erden und vollendet das Werk das du mir gegeben hast er gebietet uns lernt von mir denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig entthront das eigene ich und lasst es nicht länger die Herrschaft in unserer Seele haben Wer Christus in seiner Selbstverleugnung seiner Sanftmut und Demut betrachtet wird mit Daniel sagen müssen als er einen sah gleich eines Menschen Sohn es blieb aber keine Kraft in mir und ich war sehr entstellt unsere Unabhängigkeit und Selbstherrschaft mit welchen wir so gern glänzen erschien uns dann in dem wahren licht als ein Zeichen der Macht des Teufels die menschliche Natur ist immer bereit anderen das Feld streitig zu machen aber wer von Christus gelernt hat der ist frei vom eigenen ich von Stolz und Herrschsucht frei von diesem ich bin Gott daraus der Stolz und die Herrschsucht entsteht in seiner Seele ist Ruhe denn das eigene Ich hat sich dem Heiligen Geist übergeben dann sind wir nicht besorgt den höchsten Platz für uns zu erobern wir haben kein Verlangen die Aufmerksamkeit anderer auf uns zu ziehen sondern wir wissen dass unser höchster Platz zu den Füßen unseres Heilandes ist wir sehen auf Jesum und warten dass seine Hand uns leite lauschen auf seine Stimme dass sie uns führe der Apostel Paulus hat dies erfahren denn er sagt ich bin mit Christus gekreuzigt ich lebe aber doch nur nicht ich sondern Christus lebt in mir denn was ich jetzt lebe im Fleisch das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes der mich geliebet hat und sich selbst für mich dar gegeben wenn wir Christum als bleibenden Gast aufnehmen so wird der Friede Gottes welcher höher ist denn alle Vernunft unsere Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus so wer sind wer bin ich wenn ich erkenne durch Christus dass ich ein Geschöpf bin und wenn ich erkenne dass diese Haltung auf dieser Seite diese Haltung die falsche ist dann muss diese falsche Haltung muss diese Haltung gekreuzigt werden sie muss sterben es muss eine Selbstverleugnung entstehen das heißt ich ich verleugne das was nicht stimmt ich lege es ab damit ich zu der Wahrheit komme zu der Wahrheit der Wahrheit ich bin ein Geschöpf Gottes und als Geschöpf Gottes lebe ich von Gott und als einer der von Gott lebt besteht dort keine kein Stolz keine Herrschsucht das Gegenteil ist hier kein Stolz keine Herrschsucht keine Herrschsucht hier ist keiner der glänzen will gegenüber anderen in dessen Sinne dass er höher steht wie der andere kein höher stehen wie der andere hier sehe ich mich als Mensch gleich mit dem anderen Menschen hier gibt es keine Verachtung des anderen kein Ansehen der Person hier ist man ein Wesen das von Gott lebt das verleugnet hat die falsche Sicht das verleugnet hat das was uns unser Leben kaputt macht Christus ist der Einzige in dessen Leben wir die Klarheit Gottes erkennen können und gleichzeitig wer wir sind und auf ihn müssen wir schauen nicht auf Menschen auch wenn wir Menschen seinem Ebenbilde immer näher kommen sollen so ist es schwierig wenn man sich nach einem Menschen orientiert dennoch sind wir auch gerufen dieses Bild den Menschen zu zeigen wer Gott ist wir sind gerufen ein Licht und ein Salz zu sein in dieser Welt so die Welt muss an uns auch erkennen dass Christus in uns lebt deshalb ist es entscheidend dass wir lernen die Demut und die Sanftmut weil die ist für alle Menschen anziehen auch wenn nicht jeder Gott annimmt durch uns aber er kann es nicht leugnen dass an uns etwas ist was anziehend was göttliche Natur ist weil wir aus Gott heraus leben nicht aus uns selbst möchte noch ein wenig von hier lesen ich weiß die Zeit ist kurz es es ist die eigen liebe die unseren frieden stört das blicken auf uns selbst das drehen um die eigene achse wenn das eigene ich lebt sind wir immer bereit es vor jeder kränkung jeder beleidigung zu schützen aber wenn wir gestorben sind und unser leben mit christus in gott verborgen ist werden vernachlässigung und geringschätzung uns nicht wehe tun wäre das nicht fantastisch wenn ich jemand geringschätzig anschaue oder eine geringschätzige bemerkung über dich macht und dich vernachlässigt dich ignoriert eines der dinge die meinem leben mich gestört haben und wahrscheinlich stören sie mich immer noch ist wenn jemand an mir vorbeigeht und macht als wenn mich nicht kennen würde und ich möchte ja gern von dem geschätzt werden möchte er gern dass ich von dem was habe und das vernachlässigt er mich er geht an mir vorüber er schaut mich nicht an und sollte es tun dann achtet er mich für gering mögt das ist das etwas was wir mögen was unser irdisches Auge mag meines mag es nicht mein schlimmes ich meine mein schlimmes Schalks Auge möchte immer dass es hoch geschätzt wird dass es nie jemand an dir vorbeigeht und nicht achtet für das was du bist und für das was du geleistet hast du bist ja immerhin jemand der studiert hat und der irgendwo im Leben weiter gekommen ist oder aber wenn wir gestorben sind und unser Leben mit christus so wie der Paulus sagt ich bin gekleust mit ihm weil wenn wir gestorben sind unser Leben mit christus in gott verborgen ist werden vernachlässigung und geringschätzung uns nicht wehe tun als der dem dem kannst du nicht wehtun dem sanftmütigen dessen hoheit dessen blindheit seines auges nicht mehr da ist der die wahrheit erkennt über sich selbst der in gott ruht der nicht mehr mit eigen liebe der nicht mehr will von den anderen geliebt werden der kann so etwas leicht ertragen mag am Anfang nicht so sein weil wir sterben ja nur langsam aber es ist dennoch das Endergebnis eines sanftmütigen Menschen Geringschätzung und Vernachlässigung und ich würde sagen Ablehnung tun tun ihm nicht weh hoch hohes Ziel und ich möchte es erreichen ich lese weiter wir werden taub sein gegen Vorwurf wie kann man taub sein gegen Vorwurf taubheit gegen Vorwurf bedeutet ich lass den anderen sagen und über mich tun wie er denkt er ist frei das so zu tun ich bin ich bin taub ich bin taub Vorwurf blind gegen Hohn und Beleidigung blind gegen Hohn und Beleidigung das bedeutet das bedeutet ja man könnte sagen eine Bildsprache aber sie soll uns erklären dass die Fürwürfe uns nicht mehr wehtun dass die der Hohn die Beleidigung uns nichts ausmachen und dann zitiert sie die Schrift in dem sie sagt die Liebe ist langmütig und freundlich die Liebe eifert nicht die Liebe treibt nicht Mutwillen sie bläht sich nicht sie stellt sich nicht ungebärdlich sie suchet nicht das ihre sie lässt sich nicht erbitten sie rechnet das Böse nicht zu sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit sie freut sich aber der Wahrheit sie verträgt alles sie glaubt alles sie hoffet alles sie duldet alles die Liebe hört nie mehr auf so doch die Weisung Weissagung aufhören werden und die Sprachen aufhören werden und die Erkenntnis aufhören wird die Liebe ist unendlich es ist das Leben es ist das was wir im Geiste brauchen und es ist das was wir im Geiste ausüben müssen und haben wir diese Liebe in unserem Herzen dann sind wir demütig und sanftmütig das Glück das uns aus irdischen Quellen zufließt ist ebenso veränderlich wie die Umstände aus denen es entspringt aber der Friede Christ ist ein beständiger und bleibender Friede er hängt nicht von den Umständen des Lebens nicht von der Größe des irdischen Reichtums noch der Zahl der Freunde ab Christus ist die Quelle des lebendigen Wassers und das Glück das er gibt vergeht nicht wo die Sanftmut Christi sich im Hause offenbart da werden die Bewohner glücklich sein wäre das nicht ein schönes Heim wo die Bewohner alle glücklich sind wäre das nicht etwas erstrebens wert dass unsere Kinder uns selig preisen weil sie Eltern haben die demütig und sanftmütig sind Sanftmut erregt keinen Streit und gibt kein böses Wort zurück das müssen wir uns aufschreiben oder nicht die Demut eines Menschen die Demut Christi erregt keinen Streit das heißt von uns geht kein Streit aus aus einem sanftmütigen Menschen kommt so etwas nicht heraus deshalb lasst es uns aufschreiben damit wir es nicht vergessen die Eigenschaft des Menschen wir von Gott geschaffen war ist nie zu streiten keinen Streit zu regen keine Provokation auszuleben kein böses Wort zurück in dem Sinne wenn wir provoziert werden kein böses Wort zurück sondern besänftigt das unruhige Gemüt und verbreitet eine Freundlichkeit von der alle Glieder beeinflusst werden das ist die Freundlichkeit der Sanftmut im Heim wo Sanftmut geübt wird da wird die Familie auf Erden ein Teil der großen Familie im Himmel sein es würde viel besser für uns sein unter falscher Beschuldigung zu leiden als uns damit zu belasten selbst an unseren Feinden Rache zu nehmen der Geist des Hasses und der Rache stammt von Satan und kann demjenigen der ihn pflegt nur Schaden bringen Herzens Demut jene Sanftmut welche die Frucht des Bleibens in Christus ist ist das wahre Geheimnis des Segens er hilft den Elenden Herrlich Herzens Demut jene Sanft Mut welche die Frucht des Bleibens in Christus ist ist das wahre Geheimnis des Segens er hilft den Elenden Herrlich die Sanftmütigen werden das Erdreich besetzen durch das Verlangen nach Selbsterhebung kam die Sünde in die Welt und verloren unseren ersten Eltern und verloren unseren Eltern die Herrschaft über ihr Reich diese schöne Erde durch Selbstverleugnung erlöste Christus die Verlorenen und er sagt dass wir überwinden sollen wie er überwand durch Demut und Selbsthingabe können wir seine Miterben sein wenn die Elenden die Sanftmütigen das Land ererben werden und Lust haben in großem Frieden die den Sanftmütigen versprochene Erde wird nicht diese durch die Schatten des Todes und des Fluches verdunkelten gleichen wir warten aber ein neues Himmel und einer neuen Erde nach seiner Verheißung in welchen Gerechtigkeit wohnt und wird kein Verbandes mehr sein und der Stuhl Gottes und des Lammes wird darin sein und seine Knechte werden ihm dienen so lag mir am Herzen in dieser Stunde dass wir ein wenig praktisch die Demut verstehen und wie wir zu ihr kommen wir kommen nur dadurch indem wir auf Christus aufschauen der uns Gott nahe bringt aber wir können auch dadurch wir haben eine Hilfe in der betrachtenden Natur indem wir erkennen dass wir nur Ameisen sind indem wir erkennen wie schwach wir sind und Elend und dann möge uns diese beiden Offenbarungen helfen uns selbst zu verstehen nicht mehr hohe Augen zu haben nicht mehr denken wir sind es und in uns liegt die Lösung nein sie liegt in dem wie Gott den Menschen neu schuf in Christus wie er uns gezeigt hat welches seine Eigenschaften sind so wollen wir das lernen der Weg ist die selbst verleugnung das ist ich muss erkennen ich bin falsch ich muss erkennen ich habe einen Irrtum ich kann nichts für den Irrtum den habe ich angeboren dafür werde ich auch nicht gerichtet ich kann nur etwas wenn ich in diesem Irrtum verbleibe wenn das Licht in mein Leben kommt das wird dann mein das ist meine Wahl im Irrtum zu verbleiben oder raus zu kommen möchte in diesem Irrtum nicht mehr bleiben weil ich weiß es macht mir das Leben schwer das schauen auf mich selbst das verlassen auf mich selbst ist eine Plage für mich ich tue es noch viel zu häufig in meiner Blindheit und dennoch will ich es los werden und ich weiß Gott hat uns seine Gnade durch Christus gegeben damit wir es los werden damit die Selbstverleugnung funktioniert und wir uns selbst erkennen können dem Lichte Gottes wer wir sind wir sind Geschöpfe gemacht um einen reinen Wandel zu haben gemacht um keine Richter unseres Nächsten zu sein gemacht um anziehen zu sein für alle Menschen gemacht um nicht Streit zu erregen gemacht um kein böses Wort zu reden zurück zu antworten gemacht um Ablehnung Geringschätzung Hohn hinzunehmen ohne dass es uns wehtut in uns es könnte uns wehtun so wie Christus es wehtat für den anderen aber wir sind ja immer so es tut uns immer weh um uns und wir kennen nicht dass es nicht um unseren anderen wehtut wir sind gemacht um zu wissen wer wir sind wir sind Geschöpfe Gottes herrlich geschaffen mit schönen und wunderbaren Zügen und ach Zielen und Fähigkeiten die aber alle nur in Funktion treten können wenn die Speise ist aus Gott und nicht mehr aus mir ist deshalb finde ich es so bezeichnend dass dieser weise Mann der uns dieses Kapitel geschrieben hat in so ein paar Worten so eine tiefe Erkenntnis offenbart die so schön sind man muss nicht immer so viele Worte machen sage ich manchmal wie ich es tue und dennoch kann man daraus erkennen dass dieser Mann Gott kannte und sich kannte darum bekam er ein Bild vom Menschen und darum konnte er dann auch weitergehen und sagen ich bin nur ein Geschöpf ich schaue mir die Dinge an und ich wundere mich wie ist das so und nicht anders das was wir dort in den Vergleichen finden ein Mann der es geschafft hat aus dem der Unvernunft herauszukommen zur Weisheit die Torheit kennt Hochmut die Weisheit kennt Demut und Sanftmut wollen wir auf der falschen Seite bleiben oder wollen wir alles dran setzen um die Eigenschaften Christi in unserem Leben zu haben ich möchte es und bitte Gott mir zu helfen weil nur in ihm und durch ihn kann ich es erlangen und so bitte ich dass wir alle die wir uns mit diesen Worten beschäftigen zu einer tieferen und innigeren Beziehung zu unserem Gott kommen in größter Anerkennung seiner Größe und damit erkennen unsere Kleine und zufrieden sind mit dem wir uns gemacht haben Amen einem Jesus bee Hallelujah 程 be